ja willkommen mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilia ja in der letzten folge haben wir hier an einigen kolosseum kämpfen teilgenommen und jetzt wird uns ein gast auf das auch gasthaus mal was ist denn los ein gasthaus abend spendiert für umsonst das bedeutet natürlich wie in jedem gasthaus besuch der uns umsonst spendiert wird es hört story natürlich was da gut wir haben natürlich wieder etwas mit den dekorationen herum gespielt bis jetzt seht ihr ja nur elisa war erwartet einfach bis zur nächsten cut ziehen ich habe mich ein bisschen ausgetobt der satz haben jetzt so passen das sehen natürlich noch ernstzunehmenden kriegern aus wenn du die bellen tollen kommst du die arena das heralds die start of the tournament we'll be waiting up at the arena i guess we have some time to kill what should we do i'm going to the plaza oh i'll come with you i'll get too antsy just standing around here maybe i'll tag along too what should i do hey jude let's go sightseeing i want to look around the city too oh yeah you did say this place seems familiar und wir werden wieder getrennt jude seite wenn ihr fern was bei mila passiert na gut so sehe ich in der stadt um kein ding wo zweiter so ja wo soll ich denn hin ich hab doch keine ahnung ich gehe mal jetzt ruhig wie sie sehen sehen sie mich oder auch nicht oder auch nicht außerdem sieht das cool aus können wir nicht an die augenbrauen ziehen okay das ist sehr merkwürdig ich glaube jetzt geholfen ich hab meine Eltern ich hab meine Eltern es ist schon jetzt sie ließ wo ist die Familie? du gehst nicht? vielleicht jemand in der Stadt wird sie wenn du willst wir können der Tournament mit anderen und recherchst und du wolltest sie weggeben tut dabei fühlt sie sich so wohl bei uns ich wette jetzt fühlst du dich voll schlecht zum kolosseum ja sind wahrscheinlich schon längst da haben bestimmt schon fünf gegner horden fertig gemacht was soll es bist du uns ja eigentlich über den weg laufen kommen wir warten hier auf gehen ok genug gewartet jetzt springt an bord na gut ich habe mich was währenddessen bei mila und den anderen passiert können sie jetzt wagen jürgen und wer wenn's the big day come on stop it you two it's not for a while and get this i was taking care of alvin's mom it really is a small world wait what's wrong with alvin's mom no need to worry about her busybody what about you learn anything about elise a little she seems to have remembered something about her parents not enough to give us any clues i see playtime is over we're just about to get started head to the reception desk when you're ready we're expecting big things from you knock on death klar sehen wir etwa so aus als würden wir es nicht ernst meinen oh god team xylia also das monster in diesem spiel na gut ja wir sehen sehr ernst nehmen aus okay und jetzt sagt und sagt also mit ihr los sie ist verwirrt er ist verwirrt keine ahnung alle sind verwirrt ich bin verwirrt was mache ich hier wir haben keinen heiler was hat er sie hat er gerade ein verbundes arzt so ich würde erst mal gerne dich fertig machen danke verdammt schon sagen wird seine ladung ein der benutzen objekt hey schieder du kannst nicht so oft objekte einsetzen das kann man ja da hätte es nicht gedacht ach ja man wollte ich nicht immer alle geballert ich werde jetzt beim ganzen wir bei den ganzen kombinationen die verteilt habe ich klarkommen verwendung von objekten durch feine manche gegner können beim kämpfen objekte verwenden nur lehrt zu deinem verbindungspartner maß und das objekt steht jetzt kann der feindlich nicht verwenden er habe ich irgendwie am final fans die zehn im kampf ging sie mal aber da keine portions gestohlen hat dann haben seine kollegen in immer geheilt war ich idiot ich kann einem kampf charaktere wechseln so egal ob er vom computer oder von mir geschaut wird er hat immer tp-mangel hat mal naja komm mal her kannst du bestimmt auch objekte einsetzen da kommt dabei bin ich hier weg von der lese hast du sie eigentlich mal ich mache jetzt euch fertig jawohl es klappt wieder und man war aber auch damit haben die schon ich kann eine luft kämpfen hätte es nicht gedacht ja da muss ich sagen wir gehen die kalt bonus langsam aus und noch mehr gegner flüssig aber geht wir haben voller hp bekommen ok äh braun ja und sagt verdammt habe ich ja und etwas abwechslung hier einbringen wo ist sie langsam und ich setze angefallen wenn ich ganz wusste hatte wo ist denn jetzt der wasserangriff wenig da war auch nicht da auch nicht nein nach ich kann mit warum nicht einsetzen hatte aber ja schaue ich noch in dem part verdammt jetzt habe ich gehe ich muss ja noch umstellen mit den arzt bei ihr und dann können wir den angriff wenn man schafft man auch noch in dem part und sieht so aus als hätten wir es noch geschafft 600 galt schön schön vor allem sie die 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 doch was sie bereit sein muss das werden wir im nächsten part herausfinden ich bedanke fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal